Für die Ferienbetreuung spricht natürlich für mich als berufstätige Mutter, dass ich meine Kinder in gute Hände abgeben kann. Ich weiß, sie sind den ganzen Tag beschäftigt mit tollen Projekten. Was ich toll finde, dass Stabilo uns ein Angebot gibt, privaten Beruf zu kombinieren. Das heißt, meine Frau arbeitet auch halbtags, muss etwas längere Strecken fahren. Und insofern ist das Angebot von Stabilo uns eine Möglichkeit zu bieten toll. Meine beiden Jungs, Ben und Jona, freuen sich immer sehr, hierher zu kommen und können das früh oft gar nicht erwarten. Aufsehen fällt leicht und sie freuen sich, alle Freunde, die sie hier kennengelernt haben, auch wiederzusehen. Das Programm ist toll, es gibt viele verschiedene Dinge, die angeboten werden, von Fußballspielen über Ausflüge ins Museum, Tanzen, Tanzkurse und so weiter. Hat ihnen immer super viel Spaß gemacht und deshalb kommen sie jedes Jahr gerne wieder. Wir machen Ausflüge, die sind auch ziemlich cool und macht es völlig durch Spaß. Ja, ich finde, das ist eine super Sache, weil das bringt Beruf und Kinder gut unter einen Hut. Vielen, vielen Dank an das ganze Team, ist einfach eine tolle Geschichte.